Die Schule-Systeme wurden ausgetauscht, um das Wissen zu passen. Und das Wissen ist jetzt nicht möglich. Es spielt uns keine Rolle, ob ihr sechs oder einen macht. Ihr seid der Mensch, der ihr seid. Beziehung ist einfach das, was wir Menschen brauchen. Sichere Beziehung. Und ich glaube, da haben wir echt wenig Know-how mitbekommen. Weder in der Kultur, in der Familie, noch in der Schule. Wie kann ich tragfähige Liebe auf alle Beziehungen gestalten? Auch mir selber gegenüber.